Wir schreiben das Jahr 2006. Alle Politiker haben sich mit der herrschenden Regierung abgefunden oder sind bereit, die ÖVP in ihrem Machtrausch zu unterstützen. Alle Politiker, nein, ein von einer unbeugsamen Partei der FPÖ aufgestellter Mann hört nicht auf, Widerstand zu leisten. Ich bin HC, ein Volksvertreter. Vielleicht sogar Überzeugungstäter. Hier traut sich keiner, die Wahrheit zu sagen. Darum tue es ich. Bitte darf ich es wagen? Was viele schon wissen, bringe ich zu Papier. Und diesmal ist der Text bestimmt von mir. Skandale, Bestechung, Korruption und Verrat, das sind die Eckpfeiler in unserem Staat. So sehen das die Herrschaften im Parlament. Es wird Zeit, dass da jemand dagegen anrennt, der aufpasst, der aufschreit, Missstände aufzeigt und nicht, wie gewohnt, heile Welt vorgeigt. Der Dinge anspricht, die die Menschen betreffen, dafür sind wir da. Ich und meine Effen. Ich weiß, das gefällt den Mächtigen nicht. Dass ein Rebell die Dinge ausspricht. Am liebsten sehen sie mich stumm im Knebel. Aber aufgepasst, ich habe mehr als meinen Säbel. Es geht um die Zukunft, um Österreichs Sache. Ich bin dabei, dein HC Strache. HC, das ist unser Mann. HC, der Österreich retten kann. Ihr alle habt jetzt bald die Wahl. Wer führt uns aus diesem Jammertal? HC, er ist unser Mann. HC, der uns noch retten kann. HC, einer, der sich nicht versteckt, sondern Klartext spricht und Missstände aufdeckt. Ich lasse mir den Mund nicht gern verbieten, auch wenn die Gutmenschen noch so wüten. Die Wahrheit kommt irgendwann ans Licht. Dann nutzt es nichts, wenn der Kanzler spricht. Böse Menschen, Rechte recken. Gibt's hier vielleicht etwas zu verstecken? Statistikenschönen, Berater einkaufen und dann die Leute für blöd verkaufen. Ich sage nur das, was sich alle denken. Wir wollen unser Land nicht mehr verschenken. An Menschen, die unsere Kultur nicht schätzen, sich über unsere Gesetze wegsetzen. Wer sich nicht integrieren will, für den habe ich ein Reiseziel. Ab in die Heimat, guten Flug. Arbeitslose haben wir hier selbst genug. Einbruch, Raub und Überfall. Verbrechen steigt schnell und überall. Die Ostöffnung ist eine tolle Sache. Es grüßt dich herzlich, dein HC Strache. Die Wahrheit kommt irgendwann ans Licht. Eure Lügen, die brauchen wir hier nicht. Keiner fragt und man bezweifelt nie. Ich frage mich, ist das Demokratie? Ich bin fürs Volk, bin für Solidarität. Ich bin der eine, der beim kleinen Mann steht. Das und sonst nichts ist unsere Sache. Das sagt euch nur euer HC Strache. HC kämpft dafür, dass wir Österreicher Herren im eigenen Haus bleiben. Deshalb ist er unsere Wahl. Das Amt des Vizekanzlers. Ein Vergleich. Heinz-Christian Strache ist der 21. Vizekanzler der Zweiten Republik. Zieht man sich an, wie es mit seinen Vorgängern nach Bekleiden dieses Amtes politisch weiterging und wertet es statistisch aus, so mutet das an, wie ein Himmelfahrtskommando. Wie viele der 20 bisherigen Vizekanzler brachte das Amt noch ein Stückchen weiter hinauf? Drei, 15 Prozent. Wie viele waren nachher politisch anderwertig, rangniedriger unterwegs? Drei, 15 Prozent. Für wie viele war es danach aus und vorbei? Für 14, 70 Prozent. Um vorweg den Einwand zu entkräften, dass es bei den Bundeskanzlern nicht besser ausschaue. Höchstwahrscheinlich ist das so. Aber es ist auch logisch. Denn wer wirklich Politik machen will, strebt das als ultimatives Ziel die Kanzlerschaft an, sofern er einer Partei vorsteht, die beim Nationalratswahlen um Platz 1 mitmischt. Das Bundespräsidentenamt ist wie jenes des Nationalratspräsidenten eine reine Prestigesache mit sehr eingeschränkten gestalterischen Möglichkeiten. Dass man als nicht mehr Bundeskanzler die Politik verlässt, ist nur natürlich. Was sollte man danach auch noch anstreben? Den EU-Kommissionspräsidenten? Den EU-Generalsekretär? Dass der bundesdeutsche Wiedervereinigungskanzler Helmut Kohl nach 16 Jahren an der Regierungsspitze 1998 als einfacher Abgeordneter im Bundestag Platz nahm, was er sicher bereute Stichwort Spendenaffäre, war für Beobachter nicht nachvollziehbar. Christian Kern, ein in seinem Ego verletzter Quereinsteiger, der vom Volk nur abgewählt wurde und das nach nicht einmal eineinhalb Jahren ist die Schmalspurvariante. Aber auch bei den Club-Obleuten im Parlament wird es so aussehen. Mitnichten von den 27 Fraktionsvorsitzenden im Nationalrat von 1999 bis zum Ende der vorigen Periode im November 2017 haben elf einen Aufstieg erlegt, inklusive HC Strache. Für nur fünf bedeutete diese Funktion das Karriereende. Aber selbst eine Analyse der drei Aufsteiger unter den 20 Vizekanzeln bringt ein ernüchterndes Ergebnis. Adolf Scherf kann ab 1945 über die Rolle des Langzeit-Vizekanzlers nicht hinaus. 1957 war er bereits 67 Jahre alt, als Bundespräsident Theodor Körner starb. Er verabschiedete sich als dessen Nachfolger in die Hofburg. Fred Sino war zwar Lückenbüßer in seiner Partei. Er wurde 1981 Vizekanzler, danach, nachdem Hannes Androsch bei Bundeskanzler Bruno Kreisky in Ungnade gefallen war. Als dieser 72-jährig und schwer krank 1983 die Absolute verlor und sich folgerichtig ins Privatleben zurückzog, sprang Sinovac nochmal ein. Und Wolfgang Schüssel hatte absurd viel Glück. Als er 1995 neue Wahlen vom Zaun brach, scheiterte er und blieb Vizekanzler. 1999 wurde er als solcher sogar von der FPÖ auf Platz 3 verdrängt. Obwohl er für diesen Fall die Opposition angekündigt hatte, wurde ihm von Jörg Haider die Kanzlerschaft geschenkt. Wie viele Vizekanzler stellte die FPÖ? Vier. Für drei endete die Karriere unmittelbar. Norbert Steger, Susanne Riespasser, Herbert Gorbach. Hubert Gorbach. Für einen unmittelbar. Herbert Haupt durfte noch zwei Jahre lang Sozialminister sein. Er zählt in der Statistik zu den nachher anderwertig Aktiven. Der erste, Norbert Steger, war anno 1983 kein Vizekanzler, der noch eine Stufe weiter hinauf wollte. Die freiheitliche Fünf-Prozent-Partei hatte dieselben Ziele wie in der BRD die FDP und später die Grünen. Klientelpolitik für die Kernwählerschaft, darüber hinaus ein bisschen stärker werden, sich etablieren, mitgestalten. Aber sogar der zu Minimalismus gezwungene Steger scheiterte. 2017, 2018 ist die Ausgangslage freilich aus verschiedensten Gründen deutlich günstiger. Trotzdem braucht Vizekanzler Strache einen herkulischen Kraftakt. Es ist eine alte Weisheit, dass das Wahlvolk Positives dem Kanzler zuschreibt und Negatives seinem Vize. Nicht von ungefähr hat das PR-Chini Kurz, gegen das man schon biologisch leicht alt aussehen kann, das Vizekanzleramt gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Als Mitterlehner den Hut draufgehaut hatte, schickte er Brandstetter vor. Mittlerweile auch schon wieder Geschichte. Die Rückschau auf die Schicksale der Vizekanzler der letzten 72 Jahre spricht eine klare Sprache. Wenn HC Strache am Morgen des 19. August 2021 die Augen aufschlägt und immer noch Vizekanzler ist, dann hat er einen neuen FPÖ-Rekord aufgestellt. Nach weiteren ungefähr 16 Monaten würde erstmal eine ganze Legislaturperiode geschafft sein. Aber Strache hat als Ziel mindestens zwei Legislaturperioden definiert. Und dieses ambitionierte Vorhaben ist ihm, nicht nur wegen der von ihm vollbrachten, wundersamen Parteirettung 2005 absolut zuzutrauen. Denn er ist ein treffsicherer Analytiker, der weiß, worauf es ankommt. Die FPÖ muss als gleichberechtigter Partner in der Bundesregierung sofort mit ihrer Reformarbeit loslegen. Sie darf nicht, wie bei den ersten beiden Versuchen 1983 und 2000, die anstehenden Landtagswahlen verlieren und damit in eine Abwärtsspirale geraten. Mit diesem Vorsatz geht HC Strache ins Jahr 2018. Vielen Dank. Vielen Dank.